Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Folge von City Skylines am Sonntag, wenn ich mich nicht total verzettelt habe in meiner Planung. Willkommen zurück zu City Skylines und unserem wunderschönen Abwasserkanal, der hier momentan noch realisiert, dass ich ihm hier irgendwann mal was geklaut habe und dass er jetzt gerade eben versucht die Wasserengine wieder berechnen zu können. Wir haben hier unten irgendeine Kriminalitätsrate, das liegt daran, dass da unten halt mal irgendwann irgendeiner eingebrochen hat. Das einzige Haus mit Kriminalitätsrate zu hoch kann ich irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Shit happens. Wir haben jetzt hier in unserem Kanal diese komischen Sachen. Die habe ich jetzt schon seit 5 Minuten. Ich hoffe mal, das liegt immer noch daran, dass wir den Kanal mal abgerissen haben und dass jetzt sich diese Flutwelle halt jetzt hier gebildet hat. Deswegen fließt das jetzt hier oben auch drüber. Das ist jetzt nicht der Normalzustand. Das liegt einfach daran, dass wir den Kanal mal umgebaut haben. Wenn das jetzt alles hier unten einmal im Wasser angekommen ist, ist das Problem weg. Ja, aber wie gesagt, das liegt jetzt momentan daran, dass wir da oben so viel umgebaut haben und das heißt halt eben diese eine große Flutwelle, da reicht auch diese Mauer nicht mehr für aus. Apropos Mauer. Ich wollte mal einmal eine Sache ausprobieren. Hier drüber dürfen wir aber nicht noch eine Mauer bauen. Erhöhen können wir die auch nicht, diese Hochwassermauer. Genau. Ne. Okay, dann ist alles in Ordnung. Okay, dann sollen wir das ja... Warte mal, wenn ich hier... Guck mal hier. Das geht ja mit Tastatur. Wusste ich gar nicht. Egal. Okay, das heißt diese wunderschöne Hochwassermauer. Ja, du bist unter Wasser. Das tut mir leid für dich. Wir haben diese Flutwellen, die sollten jetzt aber... Die sind ja immer noch da. Warum sind die Flutwellen denn hier da? Haben wir hier irgendwie einen Kanalknack drin in der Leitung oder... Das ist aber alles... Das ist alles Hochdingskanal, ne? Warum backt das denn jetzt hier auf einmal so? Ab hier oben fängt das an, total rumzubacken. Ach nee, jetzt lass uns nicht auch noch das Wasserback drin haben. Ey, Alter. Was ist denn hier los? Leck mich. Ich wollte diese Folge da oben mit der Autobahn beschäftigen. Das ist doch hier nicht normal. So fließt doch kein Wasser. Das ist doch Quatsch. Was soll das? Spiel. Leck mich. Was soll das? Ich meine, hier oben läuft es fast über, dadurch, dass es hier halt so ein bisschen eng ist. Aber was der Schwachsinn jetzt soll... Ich glaube, das war aber die... Das war nicht die letzte Welle. Die bilden sich immer noch, diese Wellen. Das ist total unlogisch. Da fließt jetzt auf einmal wieder so ein Schwall Wasser über die Mauer drüber, weil natürlich ist die Mauer da zu... Zu klein. Weil wenn so eine Riesenflutwelle kommt, was soll die machen, die Mauer? Aber gut. So, komm. Schwimm mal rein, Wasser. Schwimm mal noch rein, Wasser. Und diese Wellen, ich hoffe mal, die fangen sich jetzt. Ich hoffe ganz, ganz ähnlich, dass sich diese Wellen fangen und dass das kein Bug ist. Das ist gerade meine große Hoffnung. Also, ansonsten läuft das. Ansonsten funktioniert es, wenn die Welle jetzt hier mal weg ist. Ich hoffe mal, das kommt noch daran, dass wir hier so rumgebaut haben. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Ansonsten müssen wir uns mal was überlegen. Okay, so. Aber jetzt hatten wir, seit der letzten Folge habe ich auch irgendwie keine Lust mehr auf das Wasser da unten. Wir machen jetzt mal besser weiter an unserer Autobahn hier oben. Wir haben ja in der letzten Folge dieses Gebiet hier oben gekauft und damit uns selbst die Freigabe dazu erteilt, diese Autobahn endgültig komplett abzureißen. Und zwar angefangen von hier unten und das werden wir in dieser Folge auch machen, damit wir mal was Sinnvolles auf die Kette kriegen, diese Folge. Mit jetzt die komplette Autobahn, gedöhnen sie, dass hier auf dieser Strecke existiert, komplett weggerissen. Das ist jetzt ein riesen, riesen Aufgabengebiet von uns. Das heißt, dass diese komplette hässliche Autobahn wegkommt und unserem Sicht fällt. Ja, das ist jetzt momentan tatsächlich eine wichtige Aufgabe für uns. Weil wir haben ja eine Stadtautobahn, die quasi unterirdisch verläuft. Und wir werden jetzt hier, anstelle dieser Autobahn, diese dreispurige Straße ringsrum bauen. Von da oben hatten wir ja schon in dieser Aufnahmesession irgendwann mal vorher, irgendwann hatten wir das mal gesagt, dass wir das machen wollen. Und deswegen werden wir das dann auch umsetzen. Ich reiße jetzt hier mal eben alles ab. Ich werde dann danach hier mal eben die Ampeln, die jetzt hier vielleicht irgendwo entstanden sein könnten, in den Griff kriegen. Ja, ich glaube, das funktioniert. Hier ist aber auch nirgendwo irgendwie zufällig Einbahnstraße oder sowas. Das ist alles Normalstraße. Okay, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, diese ganzen Autobahnen hinten sind jetzt auf einmal weg. Was bedeutet, dass diese Brücke gleich einen riesengroßen, einen riesengroßen, riesengroßen Aufwand kriegen wird. Aus irgendwelchen Gründen ist seit hier, seit neuestem wieder eine Ampel. Ich glaube, dieses Spiel will mich manchmal mobben. Es baut einfach irgendwo random wieder Ampeln hin. Ja, also, hier ist keine Ampel. Das funktioniert gefälligst so. Oder ich trete dich. Spiel. Hier fahren fast nur Polizeiautos rum. Fällt mir übrigens gerade auf. Aber egal. Hier oben ist auch keine Ampel, da ist keine Ampel, da ist keine Ampel, da ist keine Ampel. Und da ist dann wieder ein Kreisverkehr. Genau. Frage, ob wir hier vielleicht irgendwie einen Kreisverkehr hinkriegen sollten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weil so viele Leute biegen nicht ab. Wobei doch, doch, die Linksabbiegerspur ist sogar die stärkst vertretenste. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir da uns mal was überlegen. Ob wir das so machen können oder ob wir das so nicht machen können. Ansonsten staut sich es halt mal eben 5 Meter. Also, es ist jetzt mehr oder weniger notwendig, sag ich jetzt mal. Wenn wir hier irgendwie diese Linksabbiegerspur glücklich machen können, können wir da eventuell... Guck mal, wenn ich jetzt mal ganz, ganz, ganz dreist bin, ne? Dann könnte ich ja von hier so eine Autobahnabfahrt machen, die dann hier hinten so unter der Brücke durchführt. Oh, das ist bereits belegt. Leider Gottes geht das hier nicht. Leider Gottes darf ich das nicht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir fuhren hier unten drunter her und dann nach da. Ja, das ist so ein bisschen Cheating gewesen. Oder wer, aber naja gut. So, Verkehrsfluss ist halbwegs gewährleistet, dafür, dass wir hier so ein riesen Verkehrsabkommen haben. Diese Brücke wird jetzt noch mehr belastet, weil sie jetzt die einzige Hauptverbindungsstraße ist, die einzige Verbindungsstraße zwischen den beiden Stadtteilen. Das heißt, das wird jetzt definitiv die am meisten belastete Straße in unserer kleinen Stadt hier werden. Äh, das muss aber nicht so bleiben. Wir haben jetzt hier einmal einen Friedhof. Der, äh, den können wir leider noch nicht bewegen. Das heißt, der muss hier mal dringend leer werden. Wir haben hier einen Leuchtturm stehen, das ist schön. Wir haben hier ein Busdepot. Das müssen wir aber dringend mal bewegen. Und zwar muss dieses Busdepot bitte irgendwie, was weiß ich, irgendwo hin, wo es, wo Lautstärke jetzt nicht so tragisch ist. Äh, am besten machen wir ein Busdepot. Alalalala, alalalala, irgendwo hin. Hier oben, es ist nicht so tragisch. Hier im Industriegebiet ist es nicht so tragisch, wenn das mal ein bisschen lauter ist. Äh, wir machen es einfach mal dahin. Äh, Ort bereits belegt, Gefälle zu steil. Äh, 50 ausreden, warum irgendwas wieder nicht geht. Geht mir auf den Sack, aber muss leider sein. Ach, hier haben wir unseren kleinen Stadtpark, genau. Ähm, MMM. Vielleicht, äh, einfach, nein, das ist Wohngebiet, da möchte ich das nicht hin. Wenn hier oben ins Industriegebiet, da nervt es bestimmt keinen. Also da kommt das Busdepot hin, das ist halt halt, äh, mal da oben. Äh, wir haben jetzt hier unten diese, äh, diese Straße. Das Ding hier ist ja momentan noch angeschlossen an alles. Das ist auch gut so. Das darf auch ruhig angeschlossen bleiben. Ich finde es lustig, wie hier drei Stromleitungen aufeinandertreffen. Obwohl da ein Damm ist. Das heißt, diese Stromleitung ist eigentlich total useless. Ähm, die Frage ist natürlich, wie verbinden wir die beiden Stadtteile stromtechnisch miteinander? Logisch, äh, irgendwann, indem wir hier hinten halt quasi diese beiden Gebiete ausweisen und dann miteinander verbinden. So, wir werden jetzt aber diese dreispurige Einbahnstraßen bauen. Und zwar werden wir jetzt im ersten Schritt von diesem Kreisverkehr ausgehend, das ist der hier vorne, einmal einen, äh, einen riesigen Bogen bauen. Wir werden diesen Damm hier abreißen. Wir werden diese Straße, die hier herläuft, abreißen. Wir werden diese Straße abreißen. Wir werden hier diesen Tunnel abreißen. Wir werden hier alles abreißen, was irgendwie aussieht, als könnte es unserer Straße im Weg liegen. Wir wählen dann die Straße aus und werden jetzt auch diese unterirdische Straße komplett abreißen. Auch das wird abgerissen, auch das wird abgerissen. Das heißt, dass wir hier hinterher tatsächlich, by the way, diese dreispurige Straße, äh, mit Bäumchen dran, äh, warum sind wir immer noch im Untergrund? Das wollte ich nicht. Äh, dass hier ja eine dreispurige Straße mit Untergrund ist, und zwar eine normale. Die werden wir uns jetzt erstmal nehmen, für Schritt Nummer 1, und werden uns mal gucken, was der für einen Brückenvorschlag bietet. Äh, mit Brücke drüber, mit ohne, weiß ich noch nicht, was hier hinterher besser aussehen wird. Ich glaube, euch gefällt mit Sicherheit auch das mit dem, mit dem, äh, mit dem, hier mit diesem Dings in der Mitte, mit dem Pfosten in der Mitte am besten, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Das Problem ist, das können wir nur gerade bauen, aber das können wir ja machen. Dann bauen wir hier quasi jetzt einmal so ein Stückchen gerade Brücke drüber. So, das ist jetzt erstmal nur die Standard, äh, Route 2. So, das heißt, das hier wäre jetzt quasi ein Stückchen Straße. Okay, so, äh, das ist allerdings ein bisschen schräg gebaut worden zur Brücke. Das missfällt mir gerade ein bisschen. Das müssen wir nochmal neu machen. Äh, so. Ja, okay. Und dann bauen wir von hier oben ausgehend halt nochmal in, in separaten, äh, ja, wie kann man sagen, in, in separaten Spuren. Äh, hier hinten drüber noch den zweiten Teil dieser Brücke und der wird dann ein bisschen aufwendiger. By the way, müssten wir hier hinten diese Stromleitung und diese Bahnlinie tatsächlich auch auseinandernehmen. Äh, weil die auch hinter unserem Bauprojekt hier total im Weg stehen würden. Das heißt, wir reißen jetzt hier gleich zumindest alles ab, was irgendwie noch daran erinnert, dass hier vorher mal irgendwas, äh, separates war. Also, es ist schon lustig, wie viel wir jetzt hier gerade, äh, runterreißen dafür. Ähm, am besten fangen wir, glaube ich, damit an, dass wir uns überlegen, wo muss die Brücke hinterher herführen. Das heißt, wir werden hier einen Kreisverkehr hinsetzen, den können wir theoretisch auch schon planen. Äh, der wird dann dafür zuständig sein. Ähm, ja genau, hier quasi einmal, wobei wir bauen die uns ja mittlerweile selber immer. Ähm, der wird jetzt dafür zuständig sein, hier oben ein Verkehrsaufkommen in den Griff zu kriegen. Die Straße hier ist mir by the way immer noch zu gerade. Und die wird bestimmt auch noch nicht so ganz. Dann müssen wir nochmal, das passt mir noch nicht so ganz. Also, du Straße, äh, einmal da so drüber. So, bis dahin. Okay, so, dann ist sie ein bisschen runder. Und diese Straße soll hinterher hier an einen Kreisverkehr angeschlossen werden, den wir jetzt natürlich bauen müssen. Einmal mit Clippings sogar, weil ich das ganz gerne hätte. Äh, angefangen, angefangen von hier, ähm, wird dann dieser Kreisverkehr natürlich wieder einmal nach da. Da, dann für 1600, dann nach, ja, wir müssen hier näher dran die Bäume blockieren, hier so ein bisschen alles. Dann nach da, dann wieder für 1600, dann nach da, dann wieder für 1600 und dann nach da und dann wieder für 1600. Ne, ist nicht ganz richtig. Dann nach da und dann wieder für 1600. In diesem Fall für 1800, scheißegal. Hauptsache, es funktioniert. So, das heißt, das hier ist jetzt unser Kreisverkehr. Der ist relativ groß für das Stückchen, was wir jetzt da unten hin machen. Äh, vielleicht ist er uns tatsächlich auch zu groß mit dem 1600. Dann müssten wir uns jetzt halt eben überlegen, ob wir nicht einfach diesen kleinen Kreisverkehr hinsetzen. Äh, scheiß drauf, wie der, wie der sitzt. Äh, meinetwegen machen wir den halt so. Dann kommt, äh, da ein Stückchen Straße weg, da ein Stückchen Straße weg, da ein Stückchen, da ein Stückchen Straße weg. Dann kommt das alles erstmal umgebaut auf das Niveau. Ein kleiner, kompakter, großer Kreisverkehr. Dann nehmen wir uns das Stückchen Straße von hier und, äh, fügen das jetzt erstmal wieder daran an. Wundervoll. Und dann kommt von da oben, ausgehend von hier oben natürlich, äh, ein, eine Route 1 quasi, unseres wunderschönen Gedönses. Und zwar einmal eine riesengroße Straße nach da runter, die dann hier unten mit diesem Kreisverkehr wieder kombiniert wird, sag ich jetzt mal. Ähm, wir machen das am besten so, um, dass wir tatsächlich die, ähm, sag mal, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir hier tatsächlich auch so bauen, dass wir hinterher ein gerades Stückchen, Strecke dazwischen haben, was uns quasi die Möglichkeit gibt, hier, äh, mit Brückenpfosten zu arbeiten. Und zwar mit welchen, die möglichst einen Brückenpfosten, der halbwegs zentral im Fluss drin steht, erreichen. Ähm, das heißt, wir bauen die Brücke mal so. So, und dann kommt, äh, oh, das sieht ja wundervoll aus, sehe ich gerade. Das müssen wir allerdings noch ein bisschen verbessern. Da müssten wir jetzt tatsächlich Terraforming machen. Äh, ein klein bisschen, keine Sorge, nicht, äh, nicht wieder zu viel. Und dann müssten wir hier das alles sowieso mal so ein bisschen anheben und da ein bisschen tiefer machen. Äh, gib mir mal Straße und dann gib mir mal das und dann verbinde ich dich jetzt mit dem und dann, so sieht das besser aus, finde ich jetzt persönlich. Dann haben wir jetzt hier quasi eine Brücke. Und dann wird diese Brücke abgerissen, weil ich das noch nicht schön finde. Denn die soll hier oben an einem, an einer gescheidenen Stelle stehen bleiben. Das wäre jetzt beispielsweise, äh, so, umstig. So, dass die hier quasi einen durchgehenden Brückenpfosten hat, sage ich jetzt mal. Und dann nehmen wir uns von hier ausgehen natürlich wieder dieses Stückchen Gedönse und dann führen wir das Ganze da oben wieder an. So, das heißt, das hier wäre jetzt die Rückfahrgegend, sage ich jetzt mal. Okay, wir müssen das hier sogar noch ein großes Stückchen mehr da unten dran anführen, ansonsten funktioniert das dadurch nicht. Äh, gib mal nochmal dich und dann gib mal nochmal so und dann gib mal nochmal so, ob ich dich hier nicht irgendwie noch ein bisschen verschönert kriege. Genau. So, und dann nehmen wir uns von hier ausgehen jetzt quasi die zweite, die mehr oder weniger zweite Strecke. Die führt dann nämlich direkt neben dieser Strecke her, logischerweise. Äh, ohne Clipping, liebe Spiel. Und zwar möglichst immer in so einem Abstand von einem Block. Wenn ich das jetzt hier so richtig mache, sollte das funktionieren. So, und dann hier runter auch nochmal und dann nach... Da müssten wir dann hinterher die Verbindung wieder hinkriegen. Ähm, dann nehmen wir uns von da ausgehend tatsächlich jetzt am besten irgendwie, ja, eine Überlegung, wie wir dich jetzt wieder angeschlossen kriegen. Dann machen wir mal so und dann machen wir mal... Ja, geht wieder nicht, ist wieder zu eng beieinander oder was weiß ich nicht was. Sieht scheiße aus, müssen wir nochmal machen, aber kriegen wir gleich hin. So vielleicht und du auch und du auch und du auch. So, dass dann hier quasi die Einfahrt ist und da die Ausfahrt. Macht momentan leider noch keinen Sinn. Weil hier der Kreisverkehr ist zwar eigentlich andersrum, mehr oder weniger geplant, aber gut. Äh, wir müssen jetzt hier sowieso nochmal so ein bisschen Feintuning machen, sag ich jetzt mal. Das heißt, wir nehmen uns jetzt quasi die Stückchen Straße und bauen das jetzt, äh... Ja gut, wie machen wir das jetzt mit Feintuning am sinnvollsten? Äh, ich nehme mal von da oben so ein Stückchen Straße und baue das jetzt einfach mal so. Ja, und dann nehmen wir uns von hier so ein Stückchen Straße. Wobei das ist hässlich, viel zu hässlich. Wirklich viel, viel, viel zu hässlich. Dann machen wir das jetzt einfach so. Dann kommst du nach da, dann nehme ich mir hier nochmal so ein Stückchen weg von dir. Und dann kommst du mit dem nach da. So, und dann kriegst du von hier quasi genau das gleiche nochmal halbwegs, halbwegs wohlgemerkt, äh, synchron nochmal dahin. Äh, dass du einmal quasi ein Stückchen Straße nach da machst. Und dann von da aus, äh, in einem großen Bogen, sag ich jetzt mal, äh, daran angeschlossen wirst. So, halbwegs schön sieht das ja schon aus, ne? So, dann hier nochmal tauschen. Äh, na, das, so macht das keinen Sinn. Doch, macht das Sinn. So ist in Ordnung. Ähm, dann nehmen wir uns hier unten natürlich auch wieder das Ganze mit dem, äh, mit unserem fleißigen, fleißigen Helfer hier vor. Äh, einmal mit Terraforming natürlich, dass das hier oben auch alles gleich schön aussieht. Ähm, und dann, was weiß ich, von hier ausgehend mit dem, ja, mit einem einer Abstand jetzt vor allen Dingen wird das natürlich ein bisschen eng auf der Brücke. Aber vielleicht klappt das ja. Das heißt, das hier wäre jetzt, ja, 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 genau, dass da der Brückenpfosten steht. Genau, das hast du schon gut verstanden, liebe Spiel. Das Problem ist nur, das müssen wir dann jetzt hier auch durchsetzen können. Und das wäre dann jetzt bis dahin. Und von da ausgehend jetzt hier wieder in einem freien Bogen nach da. Äh, natürlich jetzt einmal total falsch rum, ist klar. Äh, aber das macht nix. So rum sieht das doch schon ganz gescheit aus eigentlich, finde ich persönlich. Gib mal Kurve, Kollege, äh, beziehungsweise gib mal das Stückchen Straße da. Das war jetzt nur zur Orientierung. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal ein bisschen schöner machen. Äh, nein, bitte das und dann jetzt hier ein bisschen schöner. Also, wir haben jetzt hier diese wunderschöne Kurve. Das ganze Stückchen kann ruhig, aber... Ach, vorbei, wir fangen jetzt einfach von hier an. Leck mich doch. Äh, zu eng geht nicht. Zu eng geht nicht. Ach, leck mich doch, Spiel. Also, von hier ausgehend. Dann von da nach da. Und von da nach da. Ja, so, okay. Und das Ganze müssen wir dann natürlich noch einmal drehen. Natürlich. Ups, hier dreht sich noch ein bisschen was. Und dieser Kreisverkehr sieht dann natürlich aus wie so das letzte Stückchen Elend. Das heißt, diesen Kreisverkehr müssen wir sowieso per Hand bauen, ne? Na gut. Die Erkenntnis kommt zwar spät, aber sie kommt. Das heißt, äh, es gibt noch Hoffnung für uns. Äh, gib mal hier so ein gerades Stückchen Straße, wenn das jetzt hier irgendwie klappen könnte. Wäre nice. Äh, einmal von da bitte ein gerades Stückchen Straße nach... Da, von da dann bitte irgendwie diese Kurve erstmal hinkriegen, dass das schon mal angeschlossen ist. Ist zu eng geht nicht, Mama, bla bla bla. Ja, wissen wir. Moment. Ähm, vielleicht von da oben angefangen besser. Auswählen und dann von da halt hier runter. Und ich glaube, dann kann der auch nicht mehr sagen, dass das zu eng ist. Weil dann muss er leider... Entfernung zu gering, Gefälle zu steil. Alles wieder 50 Sachen, die nicht funktionieren. Spiel, komm schon. Du schaffst das. Es ist nicht so schwierig. Ich habe nicht die höchsten Ansprüche, glaube ich, oder? Es geht doch, dachte ich. Ich dachte, bei uns läuft's, Spiel. Ich dachte, zwischen uns läuft's. Äh, nee. Gefälle zu steil. Oh, komm schon, Spiel. Komm schon. Es ist ehrlich, ehrlich, wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Dass ich hier mal so ein bisschen das alles auf die Kette kriege. Was machen wir mit dir, hä? Jetzt seht sich hier hinterher alles eine Etage tiefer. Guck mal, jetzt hier. Jetzt haben wir so einen Absacker da drin. Das macht auch keinen Sinn. Also, wirklich. So, vielleicht. So, vielleicht. Hier hinterher. Jetzt hier versuchen, mal alles irgendwie ein bisschen gerade zu kriegen. So, 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 so. Ich versuche das jetzt hier alles mal so ein bisschen zu begradigen. Vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft es. Vielleicht hilft es nicht. Gucken wir uns das mal an. Ist bestimmt gleich eh noch wieder so ein 50 Meter Höhenunterschied drin. Ich mache jetzt einfach mal so ein langes Stückchen gerade Straße da hin. Dann nehmen wir uns die Kurve von da oben, die ja hier unten dran angeschlossen werden soll. Äh, beziehungsweise, das ist nicht mal Clipping. Clipping ist ausgeschaltet. Natürlich hat das Ding wieder Clipping. Aber, was soll's. Und wenn ich jetzt von dich, von dir ausgehend, nein, von dir ausgehend so und dann von da so. So geht's, ne? So ist in Ordnung. So können wir das machen. Das ist toll. Dann haben wir jetzt hier halt einmal so ein Stückchen, äh, Hübel drin, sag ich jetzt mal. Und dann können wir jetzt auch von da unten ausgehend, ausgehend, so, äh, hier vorne jetzt quasi diese Straße wieder nach da verbinden. Nein, das ist kein Kreisverkehr mehr. Das wäre jetzt ein bisschen komisch gelesen. Äh, wir machen mal hier eine Kurve nach da. Von da eine Kurve dann nach da runter. Und von da eine Kurve dann nach da. Dann drehen wir das Ganze natürlich wieder im Grundsatz einmal nach in die richtige Richtung. Und dann haben wir jetzt hier einen hässlichsten Kreisverkehr der Weltgeschichte geschaffen. Also ich glaube, vielleicht funktioniert das hier an der Stelle mit dem Kreisverkehr einfach nicht so gut. Ah, mein Gott, ey, das ist doch nicht so schwer. Und jetzt soll, ich, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns jetzt diese Straße und führen die jetzt einfach mal so ein Stückchen weiter. Und jetzt nehmen wir uns einfach das beides hier und schließen das jetzt einfach noch da dran an. Du mit einem geraden Stückchen und du von da unten ausgehend jetzt hier mit einem schrägen Stückchen. Ist total schräg geworden, das Stückchen. Och, komm schon. Ist nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft, Spiel. So, und dann drehen wir das Ganze hier natürlich auch nochmal einmal. Das Stückchen nicht. Und dann haben wir jetzt hier eine zweispurige, tatsächlich fast nebeneinander stehende Brücken. Wir haben ein halbwegs gescheit aussehendes Brückenbild. Wir haben hier diesen Damm gerade geklaut. Und das kann gleich noch zu einem Problem werden, aber ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Wir haben jetzt hier eine Ampelanlage stehen, die kann mich mal. Wir haben jetzt da oben sicherlich einen Haufen Ampelanlagen stehen. Da bitte keine und da bitte auch keine. Wir haben dann sicherlich hier irgendwie eine Ampelanlage, die soll auch weg. Und hier haben wir ja bereits entfernt. Und dann möchte ich ganz gerne nur noch erreichen, dass diese Straße, die wir jetzt hier unten quasi weitergeführt haben, dass die hinterher in einem großen Bogen hinten quasi auch noch... Ja, warte mal, wir machen das jetzt mal so und dann kommst du... Mach mal mit, Clipping, sonst ist das hier so ungeordnet hinterher. Und dann sollst du in einem riesengroßen Bogen einmal hier drüber führen, da drüber führen. Die Spahn ist doch wieder im Weg, hat leider nicht ganz gereicht mit dem Abreißen. So, 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 so. Und dann nehmen wir uns das nette Stückchen hier und führen das einmal nach da hinten. Und dann von daher ausgehend noch da. Da ist dann halt mal ein Stückchen irgendwas weg. Was ist da, Stromleitung, auch egal. Und dann wird hier hinten nochmal ein neuer Kreisverkehr gebaut und daran wird das Ding dann angeschlossen. Holy shit, ist das kompliziert. Was ist hier jetzt, wie sieht die Brücke aus? Ertragbar, das kann man so machen. Wir nehmen uns jetzt erstmal das Wichtigste wieder raus. Das ist die Stromversorgung. Das heißt, wir müssen ja jetzt in wenigen Sekunden erstmal wieder eine Stromversorgung der beiden Städte hier miteinander sicherstellen. Das ist klar. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie zwischen eine Stromleitung kriegen. Das dürfen wir bestimmt jetzt wieder nicht, weil der Abstand da wieder zu... Grrrr. Das ist doch nicht so schwierig. Wir machen es mal so, genau. Und dann bitte nach da runter einmal. Genau. Dich schließe ich hier gleich auch wieder an. Keine Sorge, dass du hier alles auch abarbeiten kannst, was ich dir auferlegt habe. Mach mal gerade Stückchen Straße. Mach mal die Ampel da weg. Dann einmal die Stromversorgung natürlich wieder. Die muss von hier aus dann natürlich auch nochmal kurz improvisiert wieder mal, bis der Stadtteil da steht. Ist alles improvisiert. Bis dahin reichen. Dann muss von hier aus die Versorgung mit Strom in die Richtung und dann nach da sichergestellt werden. Aber ich glaube, dann haben wir schon ziemlich, ziemlich viel geschafft. So, die Folge ist allerdings noch nicht so ganz rum. Das möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt erst, dass wir hier oben den nächsten großen Kreisverkehr hinbauen. Und wir reißen dafür zwar wieder einen Haufen Häuser ab. Das ist mir durchaus bewusst. Aber das ist jetzt momentan mir lieber, als dass wir hier gleich wieder kompliziert rumeiern. Ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Wir nehmen uns jetzt hier wieder diesen kleinen Standardkreiselvorlage-Dings. Ihr wisst, was ich meine. Das wäre dann einmal nach da. Dann kommt hier hinten das Stückchen weg. Und dann nehmen wir uns jetzt das Ding hier und dreispurig und mit Bäumchen. Und wird dann jetzt hier hinten erstmal einmal ausgewiesen. Dann kommt das Ding mit dreispurig, dreispurig, dreispurig. Dann wird das Teil von da bitte nach da verbunden. Dann haben wir jetzt hier halt mal so ein... Ja, das sieht nicht ganz so wirklich schön aus. Das kriegen wir aber nochmal schöner hin, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht so das Problem. Wir nehmen uns einfach dich. Wobei, der da unten geht ja auch noch gerade raus, ne? Das heißt, da können wir locker noch einen Millimeter neben bauen. Das ist nicht so das Problem. Wir nehmen uns jetzt mal dich und dann bauen wir dich da direkt mal per gerade Straße dran an. Easy win. Und dann nehmen wir uns dich und dann bauen wir dich mal nach da. Und dann bauen wir dich von da nach da. Mit diesem Stückchen Straße natürlich hier natürlich nicht. Das kommt natürlich wieder weg. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dich auswählen. So. Und dann natürlich nach da. Hei. Eieiei. Das war aber auch wieder anstrengend. Hauptsache der Kreisverkehr steht jetzt. Der kriegt jetzt gleich die ganzen Ampeln weggenommen, sobald ich die erste Chance dazu sehe. Dich schließe ich jetzt mal besser nicht an den Kreisverkehr an, sonst haben wir gleich noch mehr Verkehrschaos. Dich schließe ich an die Straße an, dich schließe ich an die Straße an. Ansonsten ist da nichts. Dich kann ich mit der noch verbinden. Dann haben wir hier wenigstens eine Verbundstrecke. Dann alles, was jetzt hier irgendwie wie Ampel aussieht, kommt natürlich wieder weg. Das wird sich ganz schnell wieder ändern hier. Da hat sich auch wieder eine Ampel geschummelt. Da hat sich auch wieder eine Ampel hingeschummelt. Ja gut. Dann haben wir hier ein Wohngebiet. Das soll Wohngebiet bleiben. Dann haben wir da ein Industriegebiet. Nein, ein Gewerbegebiet. Das soll da auch bitte Gewerbegebiet bleiben. Dann nehmen wir uns das da oben. Da kommt das Verpacken einmal kurz dazwischen. Und dann kommt hier meinetwegen nochmal ein Stückchen Industrie hin. So, liebe Leute. Dann haben wir jetzt auch wirklich mal alles geschafft. Da ist irgendjemand krank. Die Gesundheitsversorgung sollte aber funktionieren. Die hält sich allerdings gerade tatsächlich so ein bisschen in Grenzen. Wir brauchen mal dringend noch ein neues Krankenhaus hier irgendwo. Am besten machen wir das da hin. So, hab gerade keinen besseren Platz gefunden. Krankenhaus steht. Und unser ganzes Stadtgebiet hier steht jetzt auch wieder. Wir haben momentan einen Haufen Einwohner verloren, dadurch, dass wir die ganzen Gebäude hier abgerissen haben. Das ist richtig. Aber im Großen und Ganzen steht jetzt hier eine neue Straße. Da steht jetzt auf einmal eine riesen Flutwelle. Die fließt jetzt auf einmal auch rückwärts. Aber das, was ich jetzt hier momentan als Angst habe, ist, dass diese Flutwelle jetzt halt eben noch einmal kommt. Dadurch, dass wir den Damm halt abgerissen haben, kommt jetzt einmal so eine große Flutwelle. Damit war zu rechnen. Das war klar. Mal gucken, ob sie diese Brücke hier überschwemmen kann. Ich glaube aber eher nicht. Die verläuft sich jetzt hier in dieser breiten Bucht oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann sollte das funktionieren. Anmerkung. Ich habe hier, glaube ich, noch so einen kleinen Fehler drin von der Optik her. Ich hätte hier ganz gerne, dass das Wohngebiet auch dicht besiedelt ist auf der Insel. Das soll auch möglichst schön aussehen. Da oben überschwemmen wir gerade nochmal ein bisschen unsere Stadt. Das war ja zu erwarten. Wie gesagt, dieser kleine Straßenzug hier unten ist sowieso immer so ein bisschen gefährdet. Da kommt die Flutwelle jetzt gerade. Ich glaube, die wird locker unter der Brücke durchpassen. Das sollte nicht das Problem darstellen. Zack, zack, zack. Höchster Punkt ist erreicht. Das war es. Ja, ich glaube, die wird auch nicht viel weiteres noch überfluten. Die läuft jetzt hier zwar einmal unter der Dings rein, aber auch hier an der Stallküste wird sie nichts kaputt machen. Auch hier an der Küste wird sie nichts kaputt machen. Vielleicht da ein paar Häuser. Aber das war es dann auch. Also im Großen und Ganzen hat sich die Dammöffnung als wenig problematisch erwiesen. Da ist wenig, wenig passiert. Wir haben hier aber eine Riesenflutwelle, die jetzt eigentlich noch kommt, weil das ist doch nicht die Standardhöhe unter diesem... Oder liegt das da dran, dass da halt so viele Steine im Weg liegen? Da müssen wir mal dann gucken. Mach mal die Steine da weg, die da unten liegen. Wenn wir die jetzt hier so mal ein bisschen weg machen, die Steinchen, ne? Und das ist da vielleicht auch. Vielleicht kriegen wir dann eine höhere Fließgeschwindigkeit hin. Weil das ist ja ein bisschen nervig jetzt, sag ich jetzt mal. Vielleicht müssen wir dann hier auch tatsächlich... Ja, das ist alles noch so eng hier unter der Brücke. Achso. Ja gut. Das ist natürlich jetzt doof, wenn das hier so eng unter der Brücke ist, kann da wenig Wasser gescheit abfließen. Dann mach ich jetzt hier mal gerade so wieder unser bisschen Terraforming, dass das alles hier so ein bisschen besser abfließen kann unter dieser Brücke. Weil die Brücke hat ja sonst das Problem, dass die dann halt zu viel Wasserstand direkt unter sich hat. Das ist auch nicht das Wahre, ja? Das heißt, auch hier dieser Steinklotz, den wir da jetzt rausgenommen haben, den reißen wir jetzt mal eben einmal ab quasi. Dadurch, dass wir das hier alles mit abziehen. So, ist halt immer noch ein bisschen ungegeben. Aber unter der Brücke soll nicht so eine riesen Flutwelle liegen, ne? Deswegen. Einmal bitte Wasserengine. Ja. Einmal bitte auch bis auf die Brücke. Ich glaube, nicht ganz, die Brücke hier wird jetzt vielleicht einmal überspült, aber ich glaube, ich glaube relativ, ich glaube ziemlich, dass das jetzt hier so gerade optisch wieder gut aussehen wird. Okay, okay, so. Das heißt, das Ganze haben wir jetzt hier in den letzten paar Folgen geschafft in dieser Woche. Und ich habe diese ewig lange Aufnahmesession hinter mir. Ich bin schon sehr, sehr verwirrt. Und das lustige ist, Prison Architekt kommt morgen auch wieder dran, dann mit einer, äh, oh, na, doch noch ein bisschen überflutet worden. Upsi! Na, egal. Gibt halt Flutwelle Nummer zwei, aber so viel passiert da jetzt nicht, weil das ist relativ, relativ sicher gebaut, unsere Stadt. Das heißt, das sollte kein Problem sein. Ich reiße mal kurz hier nochmal die ein, zwei Gebäude ab. Ich habe mein zeitliches Gefühl für Folgen übrigens während dieser ewig langen Aufnahme, äh, total verloren. Also, da wird, äh, ich glaube, ich werde da ziemlichen Müll zusammenschneiden müssen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt, ähm, wir werden, also, wenn, wenn ihr komisch, komisch lange Folgen haben werdet, also, mit, äh, ziemlich lang oder mal einmal nur 15 Minuten lang oder sowas, das liegt daran, dass ich dann halt irgendwie diesen, diesen, äh, ja, diese Optik nicht mehr auf die Kette gekriegt habe mit der, mit der Times, ähm, ja, mit der Zeit halt einfach, ne. Ich bin schon so langsam übersicher, Matsche, nach so drei Stunden Aufnahme. In dem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wunderschönen guten Tag. Natürlich noch, äh, wir haben jetzt hier unsere kleine Mini-Flutwelle, ja gut, die sind jetzt alle durch, da ist nicht mehr so viel passiert. Äh, wir werden dann uns am Montag wiedersehen in einer neuen Aufnahmesession für City Skylines und, äh, wenn ich aus meinem Arbeitsurlaub zurück bin, falsch, hier ja gerade erst arbeiten. By the way, haben wir jetzt hier oben wieder, wieder am Folgenende so eine riesige Müllproblematik. Dabei sollte das eigentlich, achso, dadurch, dass jetzt, ups, stimmt ja, äh, wir haben da unsere, ähm, die Folge ist, nein, das vergesse ich in der nächsten Folge. Guck dir diese Flutwelle an Müllwagen an. Äh, das vergesse ich sonst in der nächsten Folge, das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen einmal, äh, kurz was machen. Wir müssen ganz, ganz dringend was machen. Wir müssen, äh, das Ding hier auf zweispurig ausbauen, diese komplette Brücke, äh, und diese Brücken, diesen Brückenabschnitt zweispurig ausbauen. Denn, wir müssen, äh, mit einer Autobahnabfahrt, oder sowas in der Art, äh, von da oben ausgehend, äh, eine, eine Anschlussstelle schaffen für da unten. Ne, weil ansonsten haben wir das Problem, dass das dann hier hinten irgendwann gleich nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir müssen hier irgendwie eine, eine Stelle finden, quasi um, um das hier zu machen. Ja, das geht. Und jetzt müssen wir hier allerdings von da ausgehend, äh, auch noch das gleiche für da machen. Sieht jetzt viel scheiße aus, äh, ist es auch. Das kriegen wir noch, sicherlich noch mal schöner hin, ganz kurz. Darf ich? Ich ziehe die Folge mal kurz unnötig in die Länge. Ja, 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 bla, 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 ich weiß. Ähm, dann sieht das halt scheiße aus. Gut, soll mir jetzt auch egal sein. Der Grund ist, äh, dass unsere Müllwagen jetzt, äh, sinnvoll hin und her fahren können. Gerade eben konnten sie das nicht. Habe ich vergessen, muss ich mal ganz kurz hier einmal fixen. Das heißt, die Müllwagen können jetzt über diese, genau, über die Straße viel sinnvoller auch da hinten rum ins Stadtgebiet fahren. Die haben jetzt natürlich ein Riesenmüllproblem, weil wir die Autobahn geklaut haben. Habe ich ganz vergessen. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen doof gewesen von mir, das gebe ich zu, äh, aber ist jetzt leider so. Das heißt, äh, das muss, muss jetzt leider mal eben sein. Wenn ihr der erstbeste LKW gleich schafft, mal nach rechts abzubiegen, der da, der wird, die werden gleich alle randvoll zurückfahren. Die, die jetzt hier auf der Autobahn stehen, die werden jetzt halt eben hier hinten über die Abfahrt, äh, in das Stadtgebiet reinfahren. Und dann hier hinten alles verstopfen, was irgendwie verstopfbar ist und dann hier hinten quasi darüber irgendwie hinten in die andere Stadt reinzukommen. Äh, ein bisschen kompliziert geworden, muss ich sagen. Also in dem Sinne, aber wir haben es jetzt gefixt erst mal. Heißt, das funktioniert bis in der nächsten Folge wieder. Jetzt aber, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession am Montag. Die wird dann auch ein bisschen kürzer und ein bisschen angenehmer und wird weniger viel Raging. In dem Sinne, äh, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Restwochen, ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder am Montag, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut rein und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.